Oh, das hat uns mal ein Zuschauer geschrieben, dass er das regelmäßig verwendet gegen Wadenkrämpfe, weil er früher immer aufgewacht ist mit Wadenkrämpfen. Und dann ist das natürlich wirklich perfekt. Also von Kopf bis Fuß, achten Sie bitte beim Massieren, dass Sie nicht über Knochen gehen, aber alles andere ist eigentlich erlaubt. Oh, hier steht es auch, der Carsten aus Hamburg. Er hat geschrieben, ich habe nächtliche Wadenkrämpfe, dagegen hilft das Massagegerät bestens und löst den Krampf. So, und alles andere machen wir jetzt kommentarlos, Massagestunde bei Pearl TV. Ist das schön? Ja, herrlich. So? Sorry Leute, aber ich kann nicht reden. Wir haben heute wieder alles drin in unserer 10 Euro Überraschungshow. Das darfst du weitergeben an unsere Prinzessin. An unsere Prinzessin. Ich klicke nur so an sich. Also egal, ob bei groß oder klein. Also die sind schon riesengroß.